Das Baby-Glück ist Aurora Ramazzotti deutlich anzusehen. Die Tochter von Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker und dem erfolgreichen Schmusesänger Eros Ramazzotti schlendert durch die Straßen Mailands und präsentiert den Fotografen ihren Baby-Bauch. Mit 45 Jahren schon eine Oma, für Michelle Hunziker kein Problem, im Gegenteil. Sie freut sich riesig auf das Kind ihrer Tochter. Die Moderatorin verrät Thomas Gottschalk bei Wetten, dass, Zitat, du bist ja Opa und ich werde Oma. Im April habe ich endlich ein Enkelkind in meinen Armen und das ist fantastisch. Die werdenden Eltern Aurora und Gofredo bekommen einen Jungen und könnten glücklicher nicht sein. Mit einem strahlenden Lächeln macht die 25-Jährige bei einem Spaziergang die Straßen zum Laufsteg und ist trotz Babykugel wie immer stylisch unterwegs. Dabei kombiniert sie gleich mehrere Styles auf einmal. Casual-chick mit Blue Jeans und Absatzschuhen, sportlich elegant mit weißer Bluse und grünen Strickpullover. Und bei den herbstlichen Temperaturen kleidet sie sich auch schön gemütlich in einer gemusterten, übergroßen Strickjacke. Aurora ist mit Babybauch und italienischem Streetstyle ein absoluter Hingucker.